Die Debatte, oh, darf man denn die AfD als Nazis bezeichnen? Die denken wie Nazis, sie reden wie Nazis, als was nennen wir sie dann? Populisten. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich meine, gerade in Deutschland, wir wissen doch, wie dieser Film geendet hat. Wir haben doch die Bilder alle noch vor Augen. Zumindest meine Generation. Aber es gibt, wie gesagt, auch diese positiven... Warum diese Zurückhaltung? Die denken wie Nazis, sie reden wie Nazis. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum man sich da so zurückhält. Untertitelung des ZDF, 2020